Der DAX schafft den Sprung und generiert ein Long-Signal, weiter steigende Kurse sind jetzt wahrscheinlich. Und damit herzlich willkommen zu meiner DailyDAX-Morgenanalyse, diesmal auch der Blick auf den Wirtschaftskalender und wir schauen uns an, was heute so an News ansteht. Erst einmal heute Morgen bekommen wir noch die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, aber am Nachmittag um 14.30 Uhr gibt es dann die Verbraucherpreise aus den USA, die durchaus interessant sind und dann gibt es ebenfalls um 14.30 Uhr die typischen Daten, wie jeden Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Dann schauen wir erst einmal auf die Analyse von gestern. Und gestern hatte ich gesagt, dass der DAX bereits ein Long-Signal mit dem Vortag geliefert hat, aber der Short noch nicht ganz vom Tisch ist. Wichtig dafür wäre gewesen, dass die Marke von 19.100 Punkte nicht überwunden wird und falls doch, dass der Sprung nicht geschafft wird über die 19.200 und dass der DAX dann sich innerhalb seiner bisherigen Handelsspanne zwischen 19.000 und 19.200 Punkte hält. Der DAX hat das Long-Szenario in der B-Variante gemacht. Er hat unterhalb der 19.100-Punkte-Marke eröffnet und fiel erst einmal zurück bis knapp an die Marke von 19.000 Punkte. Hier hat er sich dann stabilisiert und machte dann ausgehend von diesem Preisniveau aus, also im Sinne dieses Long-Szenarios, dann den Ausbruch auf der Oberseite. Ich habe eine Long-Position eröffnet, wie gestern Morgen angekündigt und der Short vom Vortag ist zwischenzeitlich dann auch rausgegangen. Somit ist das Konto für den systematischen Handel flat und ich konnte gestern auch einen ganz netten Gewinn rausholen. Ich habe den TP einmal zurückversetzen müssen, aufgrund dessen, dass der DAX erst einmal die Biege gemacht hat. So habe ich den TP ein Stück weit zurückversetzt an die 19.200, wo der TP dann im weiteren Verlauf erreicht wurde und somit steht jetzt im Konto für die DAX-Umsetzung, also die systematische Zwing-Trading-Strategie in der Umsetzung für den DAX, steht das jetzt nach dreieinhalb Monaten bereits bei 38%. Also ich muss sagen, der DAX liefert richtig ab und die Validierungsphase, die vier Monate vor dem Start des Referenzkontos, waren ja auch über 30%. Also hier, der DAX knallt dieses Jahr richtig nach oben mit der Strategie. Da bin ich wirklich super zufrieden. Und ja, so wird es dann vermutlich erst einmal auch weitergehen. Aber irgendwann wird dann auch mal eine Drawdown-Phase kommen. Eine Drawdown-Phase ist auch ganz normal, aber bisher läuft die Geschichte wunderbar durch. Ja, für heute sollte im Prinzip dann entsprechend auch schon klar sein, was ansteht. Und zwar, heute gibt es einen neuen Long. Und der DAX ist jetzt erst einmal in der Trendwende-Situation drin. Also der DAX hat den vorangegangenen Abwärtstrend abgelöst durch einen neuen Aufwärtstrend, der sich hier so ganz klein darstellt. Und somit haben wir mit Überschreiten dieses Hochs erst einmal eine Trendwende-Situation. Wichtig wird jetzt sein, dass der DAX dies dann entsprechend auch verwertet. Er darf jetzt ein Stück weit zurückkommen, bis an die Marke von 19.200 Punkte. Sollte allerdings nicht wesentlich tiefer handeln. Fällt er weiter zurück, dann wäre er wieder in der Handelsspanne, die er zuvor ausgebildet hat. Rein aus technischer Sicht hätte er aber Platz bis zu 19.100 und sogar noch ein Stück tiefer zu fallen, ohne den Trend kaputt zu machen. Wichtig ist, dass er im weiteren Verlauf die Abfolge von steigenden Tagestiefs beibehält. Was der DAX auch ganz gerne macht, dass er mal Strukturen rausnimmt und dann die Geschichte entsprechend verwertet. Das bleibt es dann abzuwarten. Also auch wenn der DAX jetzt hier solche Marken triggern sollte, was ich jetzt nach aktuellem Stand nicht glaube. Aber wenn er es tun sollte, muss man dann trotzdem hier genauer hinschauen. Er würde dann erst einmal ein Short-Signal auslösen. Da müsste man aber gucken, ob er das dann entsprechend verwertet. Wäre jetzt für heute, denke ich mal, aber kein Thema. Für heute ist jetzt erst einmal der Long-Focus. So, interessant wird es dann nur, ob er jetzt direkt anknüpft und weiter steigt. Dann hätten wir das Allzeithoch im Fokus oder ob er erst einmal die B gemacht und dann vielleicht erst einmal ein Korrekturtag hinlegt Richtung 19.200 und tiefer. Wäre ja durchaus denkbar, um dann zum Wochenschluss dann nochmal höher zu handeln und dann die Fortsetzung des jüngsten Trends entsprechend zu machen. Ich für meinen Teil werde heute einen neuen Long aufbauen und zwar Market. Egal, wo der DAX eröffnet, ich werde eine Long-Position reinnehmen mit Handelsstart. Ansonsten auf der Oberseite, weiter wichtige Marken sind die 19.300. Die habe ich diese Woche ja auch immer wieder genannt. als wichtige Marke und erstes Ziel auf der Oberseite und wo sich dann letzten Endes auch entscheiden wird, ob er das Potenzial hat, auf ein neues Allzeithoch zu steigen und was dann wiederum ein gutes Short-Level darstellt, um dann eventuell dieses Level zu nutzen, um im weiteren Verlauf auf neue Tiefs zu handeln. Von daher jetzt aktuell eine super spannende Phase, denn hier entscheidet sich, ob sich die Korrektur weiter fortsetzt. Also wenn der Ausbruch hier negiert wird und direkt wieder in sich zusammenfällt, dann wäre das eigentlich schon mal ein ganz, ganz gutes Short-Signal. Wenn er dann im weiteren Verlauf auch die Vortagestiefs rausnimmt, macht er das nicht. Bleibt er also in seiner Lungenstruktur, dann stehen weiter steigende Kurse im Fokus. Wichtigste Marke nach unten ist die 19.200, hatte ich auch schon genannt. Das wäre dann für mich auch im diskretionären Bereich ein gutes Level, um nach Lungen Ausschau zu halten und wenn ich dann entsprechend die Zeit habe, werde ich dann auch mal im diskretionären Zwing-Trading auch mal wieder nach einem Einstieg suchen. Wichtiger Widerstand auf der Oberseite ist dann noch die 19.400, respektive die Zone um 19.400. Wenn der DAX den Breakout macht, wäre das dann das nächste Short-Level vor dem Allzeithoch. Ja, und wenn es dann weitergeht, dann haben wir auch das Allzeithoch, also das aktuelle Allzeithoch bei 19.500 Punkte als nächsten wichtigen Widerstand und da oben, ja, das Sky is the Limit, da wäre der Weg dann wieder relativ frei. Darauf einstellen können wir uns, dass eventuell erst einmal ein kleiner Rücklauf kommt, ob der jetzt so groß wird, dass er direkt bis zu 19.200 auflöst. Werden wir sehen, oder ob er nur das Kassagap zumacht, müssen wir dann entsprechend schauen. Wenn er das Kassagap verkauft, dann sollte er mindestens bis zu 19.200 gehen, wenn nicht sogar tiefer Richtung 19.100 Punkte. Ihr seht, hier haben wir einen ziemlich großen luftleeren Raum und somit, wenn das nächste Ziel nicht hält, dann sollte er eigentlich auch relativ schnell Richtung 19.100 durchschlagen, was dann wiederum gute Chancen für prozyklische Short-Trades nach einer intakten Short-Infra-Day-Struktur ermöglicht. Das bleibt es dann aber abzuwarten. Ich bleibe für heute jedenfalls im Long-Fokus und werde keine neue Short-Position eröffnen. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen hervorragenden Handelstag. Morgen früh gibt es keine Daily-Dax-Morgen-Analyse, stellt euch da bitte darauf ein. Ansonsten hört ihr im großen Dax-Wochen-Ausblick am Wochenende wieder von mir. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns so oder so beim nächsten Mal. Ciao, ciao.